Das, was jetzt permanent genannt wird, nämlich von einigen Leuten immer wieder gefordert wird, dass in den Kommunen Sachleistungen jetzt kommen sollen. Die Kommunen dürften das ja jetzt schon machen, laut Recht. Das ist ja jetzt nichts Legales, dafür muss ja eigentlich nichts geändert werden. Die Kommunen machen es nicht, weil ihnen nicht nur Geld und Wohnraum fehlt, sondern auch Personal. Und wenn Personal fehlt, dann ist es doch grotesk anzunehmen, dass die jetzt auch noch Personal abstellen sollen, damit sie die jeweiligen Sachleistungen einkaufen, logistisch verarbeiten, in Lager stellen und dann noch distribuieren. Nein, Omid. Es geht nicht darum, dass Mitarbeiter der Kommunen für eure Flüchtlinge einkaufen gehen sollen, alles nett einpacken und es dann vor die Haustür liefern. Es geht darum, dass die Geldleistungen für Migranten in Deutschland viel höher sind als die Arbeitslöhne, die sie in ihrer Heimat bekommen. Und das Zweite, was jetzt immer wieder genannt wird, was so keinen Sinn macht, ist, und das hat die Bundesinnenministerin letzte Woche, finde ich, sehr eindrücklich am Donnerstag auch im Fernsehen erklärt, es ist die Frage, dass man jetzt Grenzkontrollen hochfährt. Diese Grenzkontrollen an den Grenzposten machen keinen Sinn, weil die irreguläre Migration ja nicht darüber kommt in erster Linie. Doch Omid. Die Schleuser bringen Migranten in LKWs und Transportern über die Grenze. Sie benutzen also sehr wohl Straßen und damit Grenzübergänge, weil sie dort unbehelligt bleiben. Jeden Tag greift die Polizei in den Grenzregionen solche Schleusertransporte auf. Die Insassen kommen dann in die Erstaufnahmestellen und die Schleuser werden zurückgeschickt. Denk mal darüber nach. So schwierig ist es gar nicht.